Sarah Engels steht ein stressiges Wochenende bevor. In Sarah Engels 28, Leben geht es aktuell ziemlich turbulent zu. So feierte die 28-Jährige nicht nur ein rauschendes Hochzeitfest mit ihrem Julian 28, sondern freut sich auch über Nachwuchs. Für die Sängerin ist es das zweite Kind. Aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi, 29, hat Sarah bereits Sohn Alessio, und der ist Mamas ganzer Stolz. Trotzdem muss der kleine Mann an seinem sechsten Geburtstag erst einmal auf ein rauschendes Fest verzichten, denn Sarah muss einen wichtigen Job erfüllen. An Alessios Geburtstagen ist immer was los. Am 19. Juni 2021 feiert Alessio seinen sechsten Geburtstag. Traditionell wird er zu seinen Ehrentagen eigentlich immer mit einer großen Party überrascht, so kamen 2020 zum Beispiel die lebensechten Figuren aus Toy Story zu Besuch. Doch 2021 sieht das ein wenig anders aus, denn Mama Sarah hat genau an diesem Samstag eine andere wichtige Feier im Kalender stehen. Sarahs jüngerer Bruder tritt nämlich vor den Traualtar und die 28-Jährige ist Trauzeugin ihrer zukünftigen Schwägerin. Ein Ereignis, welches Sarah natürlich nicht verpassen möchte. Doch keinen Grund zur Sorge, Söhnchen Alessio kommt natürlich keinesfalls zu kurz. Sein Kindergeburtstag wird lediglich um einen Tag verschoben, wie Sarah jetzt in ihrer Instagram-Story verrät. Und da darf sich der Sechsjährige garantiert auf die eine oder andere Überraschung freuen. Sein Kindergerät wird lediglich um einen Tag für eine andere Gegend zu überraschieren. Beide den Söhnchener schenken. Für die Söhnchener ist es der Sechsjährige. Freitag ist es der Sechsjährige, knackt sich eine große Sache, sondern hierher ist es einiger. Vielen Dank.